Digitale Okklusions- und Artikulationsanalyse mit dem T-Scan ist das schnell und einfach möglich. Das Sensorhandstück kann über den USB-Anschluss an jedem handelsüblichen Computer angeschlossen werden. Es ist sofort betriebsbereit. Die T-Scan-Software ist kompatibel für Windows 2000, XP, Vista und Windows 7. Mit im Lieferumfang enthalten sind außerdem Sensorhalter in zwei Größen sowie zwei Packungen mit je zehn hochauflösenden adaptiven Sensorfolien in den Größen Large und Small, die pro Patient für bis zu 25 Aufzeichnungen verwendet werden können. Zur Kalibrierung des T-Scan beißt die Patientin mehrere Male auf die Folie. Mit dem Drücken der Aufnahmetaste beginnt die Messung. Der Computer selbst muss bei der Aufzeichnung nicht bedient werden. Die gesamte Steuerung erfolgt über zwei Tasten am Handstück. Die Auswertung erfolgt in Echtzeit. Die zeitliche Entwicklung der Okklusion wird sowohl zweidimensional als auch dreidimensional dargestellt. Die Aufnahme lässt sich speichern. Der Film kann angehalten, in Zeitlupe abgespielt oder in einzelne Schritte von 0,01 Sekunden aufgeteilt werden. Der Zahnarzt kann jetzt die fertige Aufnahme und Auswertung der Patientin erklären. T-Scan ergänzt die übliche Markierung der Zähne durch das Aufbeißen auf eine Folie. T-Scan gibt den mit Okklusionsfolie markierten Okklusionskontakten eine zeitliche Auflösung und ordnet den markierten Punkten Okklusionskräfte zu. T-Scan zeigt so präzise Vor- und Störkontakte auch auf hochglänzenden Oberflächen. So stellt T-Scan ein wichtiges Diagnoseinstrument im Rahmen der Einschleiftherapie dar. Den Behandlungserfolg überprüft der Zahnarzt mit einer weiteren Aufnahme mit dem T-Scan. Auch bei der Schienentherapie leistet der T-Scan wertvolle Dienste bei der Okklusionsanalyse. Mit Hilfe von T-Scan lässt sich einfach und unkompliziert erkennen, wo eine Aufbissschiene oder ein Zahnersatz eingeschliffen werden muss. Auch hier kann eine weitere Okklusionsanalyse mit dem T-Scan den Erfolg der Behandlung untersuchen. T-Scan – digitale Okklusions- und Artikulationsanalyse. Einfach und unkompliziert in der Handhabung, schnell in der Auswertung. T-Scan – T-Scan. Untertitelung des ZDF, 2020